Öffentliche Verkehrsmittel Wie komme ich zum Flohmarkt? Zur Oper? Wie komme ich nach? Meistens bekommen wir eine genaue Antwort. Nehmen Sie Zug-Bus-Nummer. Bis wann fahren die Busse? Wie lange muss ich auf den nächsten warten? Wann fährt der Bus? Dazu ein paar nützliche Wörter, von denen wir einen Teil bereits als Ordnungszahlen kennen. Nächste, Erste, Letzte Manchmal ist der Stadtplan so verwirrend, dass ich nur wissen will, wo muss ich aussteigen? Wie heißt die nächste Haltestelle? What's the next stop? Typisch ist das Fragen der Kinder, die im Auto nie Geduld haben. Aber im Ausland will auch ich wissen, wann treffen wir in ein? When will we get to When will we get to